Na Leute, wie geht's? Wer hätte es von euch gedacht? Na? Wer hätte es gedacht? Der Fieter spielt mal wieder den Landwirtschaftssimulator. Lange, lange ist es hier. Ich würde fast sagen ein halbes Jahr. Ich weiß es allerdings jetzt gerade gar nicht mal so genau. So, die DP ist immer noch sehr langsam. Aber gut, das ist auch nicht so wichtig. Was haben wir denn da? Nitrophos Part Special. Keine Ahnung, für was das da ist. Kann ich da drauf springen? Moment. Die Maus-DP ist sehr gering gerade. Ich frage mich nicht, warum Leute. Ich habe das nicht so eingestellt. Ich habe es gerade nochmal höher gestellt. Bin mir gerade gar nicht sicher, ob das jetzt vom Spiel direkt zu normal war. Ich habe keine Ahnung. Naja. Was können wir tun? Ich glaube, das Feld da hinten ist ja noch am Wachs und geht ein. Oder ist das sogar schon fertig? Ist das schon fertig? Ich bin mir nicht sicher. Es ist schon so lange her. Ich glaube, hier ist es fertig. Und hier halt dann noch nicht. Und hier ist recht nicht. Und da wächst es halt noch. Oder ich habe vergessen, wieder wegzubringen. Das heißt, da können wir uns noch ein bisschen Zeit lassen. Geld, der ist jetzt auch nicht gerade so prickelt. Also wichtig ist, wir brauchen Geld, um uns ein neues Feld zu kaufen. Am besten gleich das hier rechts daneben. Und hier ist es mir gerade leicht wuschig, dass wir hier so ein Problem haben mit dem... mit der DPI, dass sie so langsam ist. Aber ich denke mal, wir werden uns schon überleben. So, wenn ich mich noch recht entsinne. Beim letzten Mal, ne? Genau, da hatte ich einmal das Problem hier. Alter Hühner, das ist mir nicht zu laut. Entschuldigung. Ja, ich hatte einmal das Problem hier. Da bin ich nicht mehr runtergekommen, ne? Doch, da bewegt sich was. Da bewegt sich was. Ich bin mit dem Traktor, ne? Furchtbar. Verdammt der Scheiße. Ja, da brauchte ich wahrscheinlich Hilfe. Hey, sieh da. Sir, Sir. Sir, können Sie mir helfen? Sir, Sir, helfen Sie mir mal? Genau, ja. Nein, äh, Sir. Sir. Ja, ist wohl ein Geist. Anders kann ich es mir jetzt gerade nicht vorstellen. Ähm. Stopp, da warte ich hin. Zu dem da. So, oh, scheiße. Ich habe im anderen den Motor nicht ausgemacht. Wir müssen ja Sprit sparen. Oh, die Hühner, die sind so laut. So, fangen wir mal mit dem hin und... Der schafft das dann schon wieder. Wie konnte ich denn die Sicht in der Nacht da? Perfekt. Ach, Landwirtschaftssimulator, Leute. Lange ist sehr. Ich werde jetzt hier nicht wieder so viele Parts aufnehmen, wie ich es früher gemacht habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich da aufgenommen habe. Sondern ich werde es. Ich muss mal ganz kurz mal HZ leiser machen. Weil ich meine eigene Stimme nicht höre, bin ich immer so geneigt zu schreien. Ah, perfekt. Ja, wo muss ich jetzt eigentlich hin? War das nicht hier? Ja. Ach, da ist es, ja. Ach, da hinten ist es, genau. Nein. Ja, liebe Kinder, Augen auf dem Straßenverkehr. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach, genau. Ich werde nicht so viel immer davon aufnehmen. Aber hier und da mal eine Runde. Warum nicht, dachte ich mir. Ich habe ja das Projekt noch nie offiziell beendet, weil ich es nie beenden wollte. Ich wollte immer. Ich wollte immer wieder mal einen Part aufnehmen und war eigentlich, ich weiß auch nicht, zu faul vielleicht dazu. So. Du bist frei. Genieß dein Leben. Und wenn wir schon dabei sind, tue ich auch gleich mal das Teil da hinten, was da oben war, also diese Anhänger. Holen wir den auch gleich wieder runter. So. Ich war auf der falschen Straßenseite, aber das ist ja hier egal, denn hier können auch die Menschen durch Autos laufen. Hier gibt es keine physikalischen Regeln. Moment, wir müssen aufpassen, dass wir nicht selbst jetzt runterfliegen. So. Wir fahren mal einfach da rauf, fahren eine kleine Schleife und fahren das da runter. Ja, perfekt. Na, stopp. Moment. So. Jetzt bin ich noch nicht ganz unten. So, jetzt ist das Ganze unten. Okay, erstmal den Motor natürlich ausmachen. Wechseln, wechseln, wechseln. Perfekt. Äh. Starten. Ich bin immer auch froh, dass ich die Motte mit dem Starten gemacht habe. Ist zwar nicht so cool, oder ist nicht so einfach, wie es automatische Starten, aber ich finde das Video deutlich geiler. ist ja gar nicht den gleich anhängen hier. Moment. Anhängen. Ankoppeln. So, das geht doch. Perfekt. Was war denn das? Sälemaschine senken. Okay. Genau, ist mal eine Sälemaschine. Hm. Boah, ist das eigentlich mein Rasenmäher, weil wir kriegen ja sicherlich früher da... Oh nein, wir hängen am Bügersteig fest, aber wir kommen vorbei. Gott sei Dank. Ähm... Denn es wird ja früher oder später wieder so sein, dass wir eine Mission kriegen, in der wir einen Rasenmäher brauchen. War das da hinten ein Rasenmäher? Sekunde. Ich hab grad... Den hab ich in der Nähe. Ach, das war ein Rasenmäher, gell? Ja, perfekt. Ja, und jetzt... Was soll ich mal jetzt? Äh... Jetzt chillen wir erst mal. Ich fahr jetzt einfach mal zurück zu unserem Feld. Ich denke mal, bis dahin sollte das... Oder könnte ich mir vorstellen, dass es eh abgeerntet ist und damit... Also, für abernterreif ist und damit könnten wir dann schon wieder anfangen, es abzuernten. Wieso nicht? Ja, die Farbe, sie war noch nie so toll. So, und ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich hab die Qualität zum letzten Mal ein bisschen hochgestellt und auch auf Full-HD geschaltet. Ähm... Ich weiß nicht, aber beim ersten Mal, glaube ich, ging das gar nicht auf Full-HD-Schalter, aber es wurde nämlich nicht gemoddet. Also, gab es... Äh, gemoddet, sag ich schon. Gepatcht und dementsprechend geht's jetzt. So, mit dem könnte ich... Könnte ich mit dem gleich abernten? Ne, warte mal, mit welchen konnte ich abernten? Ach, der da hinten war, das... Nein, Moment. Ich muss erst den Motor ausmachen. So, perfekt. So, mit dem Motor anmachen. Genau, könnte ich ernten, wenn es jetzt wäre. Also, fahr mal vor und schau mal, ob wir schon ernten können. Und wenn nicht, haben wir ihn schon mal dorthin gestellt, wo er hin muss, ne? Zum Ernten. Du schaffst das. Hab ich mir den eigentlich noch Gas, ähm, ernten könnte? Moment. Moment. Und das hab ich grad nur. Ne, Gras könnte ich nicht ernten. Äh, Ernte abschalten. Und weiterfahren. So, das sieht doch schon nicht gut aus. Das dauert noch ein bisschen, ne? Finde ich aber schön, dass wir hier die ganzen verschiedenen Phasen sehen. Wo wir zum Ernten haben. So, wie es rechts ist, muss es aussehen. Und dann... halt ganz nach links durch. Danach werden wir da rechts, ähm, freikaufen. Und ich weiß noch nicht ganz, was wir dort haben. Aber dann anpflanzen werden. Aber was wir jetzt mal kurz schauen könnten, ist, erst einmal, auch den wieder nach oben zu fahren. Beziehungsweise... Schaffst du es drüber? Ja, passt. Ähm, beziehungsweise zu gucken, kann ich da den Wagen hier anhängen? Weiß nicht, ob er da stark genug ist. So, rückwärts und rein. So, der ging nicht zum Kuppeln, ne? Weil, ich bin mir jetzt nicht... nicht den Motor vergessen auszumachen. Nein, nicht den. Den da. So, und zwar möchte ich jetzt von... dem den Motor ausmachen. Wechsel, wechsel. Huh. Die Leute sollten hier mal nicht die Türste zu knallen. Falls ihr das überhaupt in der Aufnahme gehört habt. So, und zwar... möchte ich jetzt hier... das Meerwerk eigentlich wieder abkoppeln. Cool, genau. Perfekt. Und dann nach oben fahren. Das ist ja eh hier mein Lieblingstraktor, weil der ist am schnellsten. Und ich wette, während das nicht jetzt dahinter fahren, will jemand, dass ich was mehr... und dann bräuchte ich den schon wieder, müsste ich wieder zurückfahren. Aber ich gehe jetzt mal einfach das Risiko ein. Wo war eigentlich Licht? Da. Ich mag das Geräusch. Warte mal, wir blenden ihn. Ist allgeblendet. Oh. Hat nicht so funktioniert. So, wir müssen das auch passen, ich will nicht schon wieder stecken bleiben. Mit dem... Vielleicht merken wir an, ich habe ein bisschen Schleim im Hals. Ja, Schleim im Hals, das stimmt schon. Ja, ich habe es eigentlich gewusst. Mitglieder des Kopfhörers haben sich bei einer schlecht gemähten Stelle beim Golfplatz besperrt. Helfen Sie den armen Golfern in Ihrer Not. Oh nein, die armen Golfer. Ja, dann akzeptieren wir das schnell. Fahren rückgezuckt zurück. Und holen uns... ähm... unser Meerwerk. Okay, ich gebe zu, ich könnte jetzt natürlich den Anhänger mitnehmen, aber... Es geht hier um Zeit, weil Zeit ist Geld und Geld ist Zeit und deswegen müssen wir uns da gleich mal beeilen. Und schnell zurück, unseren Meerwerk holen und dann hier hinten werden. Das liegt sowieso auf dem Weg, das heißt, das ist schon mal soweit ganz gut. Da geht jetzt nicht zu viel Zeit verloren und dann holen wir uns das eben beim nächsten Mal. Na, jetzt sag hier. Was passiert eigentlich, wenn ich voll schnell fahre und dann rausspringen? Fährt dann der Traktor weiter? Probieren wir gleich später aus, wenn wir mal unsere... unsere Mission erledigt haben. So, dann hoffe ich mal, dass ich das jetzt zeitlich da hinten bald mal hinschlafe. Lalalalalala. Ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder am Arsch der Kart ist, dass wir da ewig brauchen werden. Und fände ich sonst ziemlich blöd. Also wirklich blöd. Wir haben fünf Minuten Zeit, um das Ganze zu mähen. Also es wird wahrscheinlich eine halbwegs große Fläche sein. Wir sind immerhin ein Golfplatz. Eieiei. Was ich mich gerade frage, ist, gab es jetzt eigentlich schon eine neue Karte? Weil die kennen wir ja jetzt schon halbwegs so nicht wirklich gut, aber ein bisschen kennen wir die ja schon. Und ich glaube, da wird da geupdatet, dass es immer wieder neue Karten gibt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man die kaufen muss. Also es gibt hier von... Was kann das jetzt? Es gibt hier von hier unseren lieben... Ah, jetzt habe ich vergessen, wie die heißen Gigaron-Software und Astrogon. Oh mein Gott, ja. Astrogon. Gibt es hier Addons, die teilweise umsonst sind. Sprich, irgendwelche Traktoren oder ähnliches. Oder Häuser, die man dann in der Welt platzieren kann. Ich glaube, wir fahren hier mal weiter am besten. Ähm... Die teilweise halt, wie gesagt, umsonst sind. Aber halt, es gibt auch welche, die bezahlt werden müssen. Und ich bin mir nicht sicher, ob die weiteren Welten... Weil man kann hier aussuchen, welche Welten man starten möchte. In dem Fall jetzt nur Regenstadt. Also, die wir es jetzt haben. Man kann aber auch... Man könnte es also rein hier jetzt ausruhen. Was heißt das? Es werden wahrscheinlich noch welche kommen. Bin mir aber nicht sicher, wie das jetzt hier aussieht. So ist es nicht. Und das da oben sieht gerade ziemlich merkwürdiger aus. Da beim Auto. Hinter die Pflanze oder was das sein soll. Ah, jetzt hat es. Jetzt ist es wieder. Natürlich ja. Aber noch nicht optimal. So, gleich haben wir den Röpfplatz. Na, da ist schon wieder so ein Schickimicki-Auto umschmeißen. Aha. Nee. Jetzt ist er bewusst los. Dann kann ein Schickimicki-Auto leiden. Ist das ein Mercedes? Kann ich nicht leiden. So. Das heißt, das Ganze hier dürfen wir jetzt melden. Wow. 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 So, bevor wir da reinfahren, tun wir jetzt erst einmal das Mähwerk in Ruhe sinken. Aufklappen. Es ist so realistisch. Und anschalten. Und los geht's. Ring, 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 Banana phone. Ring, 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 Banana phone. I've got this feeling so appealing for us to get together and sing, sing, sing. Ring, 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 banana phone. Ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding, donana phone. Ring, 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 banana phone. Jawohl. Und sogar mit Zeitbonus. Und den Rest, den wir nicht gemäht haben, der ist auch einfach jetzt mal weg. Ach, perfekt. Wie, Magie. Ähm, wir könnten jetzt auch mal hier... Ist das jetzt noch an? Mähwerk abschalten. Wir hätten überhaupt keinen Unterschied, ob es dann oder aus ist, unten rein von den Dröhnen. Naja. Ähm, und wir könnten jetzt das Mähwerk auch mal heben. Ist mir auch mal eine Idee. Ich dachte, ob ich das aufklappe oder zuklappe, ne? Ist das richtig? Ich klappe es mal zu, dann ist sicher, da. Äh, wir müssen jetzt lang. Glaubst du, warum müssen wir, oder? Oder? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Wie ging es denn nach Hause? Nein, verdammt. Ne, das sind wir gar nicht gefahren, ne? Oder doch? Da fällt mir gerade ein, was ist denn das da oben? Aber dort schauen wir einfach im nächsten Part hin, weil wir brauchen noch was für das nächste Part. Da habe ich ein Zeichen auf der Karte gesehen. Vielleicht habt ihr es auch gesehen. Wer weiß, wer weiß. Wir sehen uns aber dort beim nächsten Mal. Okay? Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Ich bin zu müde, um jetzt weiter zu spielen. Bis dann. Ciao. Ciao.